Guten Morgen, guten Morgen, ihr Hübschen und willkommen zum 27.12. Wir haben heute Halbmond in der Waage und diesmal steht der Halbmond tatsächlich für die zwei Gesichter. Hier auf der Karte sind ja auch die zwei Wege so schön abgebildet. Und heute kommt, ja, weil wir haben als Tagesenergie die 12 dazu, 27 und 12 sind 39, ne, 3 und 9, 12. Die Vögel stehen für den Uranus, das Uranus-Orakel habt ihr in der Infobox. Ihr wisst, da geht es um den göttlichen Willen, um den göttlichen Funken und genau das haben wir hier. Wir haben hier Telema, Tarot, Energien, ja, Energien, Uranus-Orakel, göttlicher Funke, der dazu führt, dass man heute das andere Gesicht zeigt. Ja, das ist hier, heute haben wir ja eine Kurzschlusshandlung. Dankeschön, das Wort habe ich gesucht, genau. Das sind so Kurzschlusshandlungen, ja. Ja, durch, ihr wisst, vor den Feiertagen haben wir schon gelegt, wie Emotionen hochkochen und, ja, jetzt, jetzt machen sich hier die Kurzschlusshandlungen bereit. Ja, das sind, wie angepingt, ja, geblitzdingst. Wir haben auch zusammen die Fische, ne, 12 und 22 ist die 34, das ist das emotionale Überreagieren, ja, oder aufgrund von Gefühlen, Uranus, ne, göttlicher Funke, ne, hatten wir mal vor den Weihnachtstagen schon dieses Zündeln einer Zündschnur, ne, und heute springt so ein Funke über, ja. Ja, und, ähm, der sorgt dann dafür, dass man, ähm, eine emotionale Kurzschlusshandlung macht, ja. Ja, okay. Und diese emotionale Kurzschlusshandlung, ne, was haben wir dann morgen als Tagesenergie? Ähm, die, die, die vier, 28 und 12, sind 40, die vier, die wird, äh, ja, äh, eine neue Basis schaffen. Ja, weil, so, jetzt ist es raus, ne? Ja, wir gucken, was wir noch dazu bekommen, bevor ich euch, äh, neugierig und mit großen Augen in die Welt einlasse. Schauen wir mal rein. Schnellschüsse. Man wird angeteasert, angepingt, ne, das, das, äh, andere Ich, ne, Halbmond, ihr wisst, Licht und Schatten, ne, die zwei Gesichter. Ja, ähm, wo das andere Ich, ja, zum Vorschein kommt, irgendwas, was man, ähm, auf der emotionalen Ebene unterdrückt hat, ja, wird nach oben geholt. Das brodelt schon die ganze Zeit oder länger vor sich hin, ne, deswegen sind wir wieder bei der Thematik, ja, das, was, äh, da der ein oder andere heute raushaut, was bei euch ein Hä auslöst, ähm, entspricht der Wahrheit, ja. Auch wenn sich hinterher für entschuldigt wird, es entspricht der Wahrheit. Denn es ist, äh, der Uranus, der da seine Finger im Spiel hat, ja, der göttliche Funken, ne, der da an der Zündschnur gezündelt hat. Und, da haben wir, oh Gott, das ist ja gleich eine ganze, drei, sechs, sieben, sieben, ha, die sieben, ne, da haben wir sie wieder, die, ähm, die Schlange. Und die Schlange, wisst ihr ja, ne, Doppelzüngigkeit sind wir wieder bei der Thematik, ja. Ja, aber, ja, das ist etwas, das ist das, was wir gerade schon gesagt haben, ne, der, ähm, Bube der Kelche ist jemand, der sich immer versöhnlich oder friedfertig zeigt, ja. Und, äh, hier die Acht der Schwerter in einer Situation, wo man der Meinung ist, man kann sich da eh nicht draus befreien, ja. Ja, man kann sich eh nicht draus befreien, ja. Und irgendwann war man an einem Punkt, wo man seinen Frieden damit gemacht hat, dass man sich daraus nicht befreien kann. Ja, und jetzt kommt aber hier Uranus, ne, der göttliche Wille und, äh, zündelt hier an der Zündschnur, ja. Ja. Wieso, weshalb, warum ist das so? Man hat seinen Frieden damit gemacht, ja, hat für sich entschieden, ne, ne, dass die Situation ist, wie sie ist, ja. Ich kann mich da eh nicht draus befreien, andere merken, ne, dass man, ähm, nicht glücklich mit der Situation ist und machen sich Sorgen. Zündeln sozusagen, ja, zündeln, ne, das ist das, was von außen kommt, ja, zündeln die ganze Zeit rum, ne, Mensch, was ist denn mit dir? Irgendwas stimmt doch nicht, ne, blabliblub, blabliblub, und irgendwann reicht's einem dann, ja, da hat man schon hunderttausend Mal gesagt, es ist nichts. Und dann, ähm, ist das eine Mal zu viel gefragt, sozusagen, ja, und dann reicht's, pum, und dann, ähm, so nach dem Motto, ja, was ich dir schon immer mal sagen wollte. Dann folgt man, der Ritter der Emotionen, äh, der Ritter der Kelche, ne, dann folgt man seinen Gefühlen, ja, lässt seinen Gefühlen freien Lauf, ne, wo man sich vorher mit einer Situation abgefunden hat, ne, wird so lange, äh, rumgestochert, ne, so lange geteasert und getriggert, ähm, bis man, bis es aus einem rausplatzt, ja, bis man diesen Gefühlen folgt und den freien Lauf lässt, ja, und das ist, äh, innerhalb von einer Verbindung, ne, ist eine Verbindung, und das ist jetzt Pellewumms, egal, was das ist, ja, ob das ein, ne, ihr wisst, ja, die Seelenfamilie ist groß, ne, jetzt nagelt euch da nicht wieder, begrenzt euch nicht auf eine, ähm, eine, auf einen Wunschpartner, ja, sondern die Seelenfamilie, die Lernaufgabe, ne, Gefühle frei fließen zu lassen, die Lernerfahrung, dass es in Wahrheit nichts gibt, aus dem man sich nicht befreien kann, das machen wir ja in der Seelenfamilie, ja, also ob das jetzt nun, ähm, eine beste Freundin ist, ja, äh, ein Vater, Mutter, Geschwister, Nachbarn, vorgesetzten Kollegen sind, Pellewumms, egal, ja, ja, jemand aus der Seelenfamilie, wo ihr euch mit abgefunden habt, ja, in dieser Verbindung wird es sowieso keine Veränderung geben, ne, da, wo ihr euren Frieden damit gemacht habt, in die Akzeptanz und Annahme gekommen seid, dass sich das nicht ändern lässt, da triggert der andere, ja, triggert der daran Beteiligte, so lange rum, bis ihr in dieser Verbindung eure Gefühle frei fließen lasst, ja, aber noch wehrt ihr euch dagegen, ja, hier, ne, das ist das, was ich schon meinte, ja, dass dieserjenige, welche sich da Sorgen macht, ne, oder, ähm, da die ganze Zeit rumteasert, ne, da habt ihr euch versucht, gegen zu wehren, ne, das ist das, was ich einleitend schon gesagt habe, so diese, ach, es ist nichts, ne, es ist alles in Ordnung, ne, das bla bla bla, ne, das oberflächliche bla bla bla, geht jetzt nicht, weil dieserjenige, ähm, ihr habt so eine, eine ablehnende, abwehrende Haltung dieser Person gegenüber, ja, und diese Person ist ja auch nicht blöd, ne, und, ähm, versucht deshalb herauszufinden, warum ihr so seid. Ja, weil das ist das Gegenteil von dem hier, ne, das ist etwas, wo jemand willkommen ist, ne, willkommen ist, ne, wo man tatsächlich ein echtes, friedliches Miteinander hat, wo man sich darüber freut, dass der andere da ist, das ist aber eben nicht der Fall, ja, hier ist die, ähm, ablehnende, abwertende, ne, ne, eine Kälte, ja, eine Distanz, und der andere will diese Kälte, will diese Distanz überbrücken. Ja, macht sich Sorgen deswegen, ne, warum ist das so, was ist los, ja, ihr kennt das, ne, und ihr versucht da die ganze Zeit, das zu unterdrücken, euch, ähm, friedfertig zu geben, ne, versöhnlich zu geben, weil ihr der Meinung seid, ja, ja, ihr könnt da sowieso nichts dran ändern, ne, und wenn das ein Streitthema mit dem Kind ist, ja, wo ihr jetzt die ganze Zeit, ach, ne, komm, aber Uranus, ne, es nützt nichts, ja, es nützt nichts, der, die das andere zündelt, die ganze Zeit, ähm, an dieser Haltung rum, ja. Jo. Sag ich ja, heute ist, ähm, Uranus Day, ne, Verbindungen werden, werden geklärt und bereinigt, ja, das ist hier, ne, Es wird gelernt, hier da, wo jemand anderes die ganze Zeit geduldig abgewartet hat, ja, weil jemand anderes die ganze Zeit zu hören bekommen hat, ne, ach, ist nichts, das ist schon alles in Ordnung, ne, ich weiß selber nicht, was ich hab, so nach dem Motto, da wird jetzt weiter gezündelt, es wird so lange gezündelt, bis die Bombe platzt, ne, bis die Emotionen hochkochen und man diesem folgt, in der Verbindung folgt und frei fließt. Hoppala. Hoppala. Und das gilt halt wieder für alle, ne, also sprich, wenn ihr da mittlerweile schon so geklärt und bereinigt seid, ja, und nur noch Verbindungen habt, wo ihr frei fließen könnt, ja, und gar nicht mehr, wo ihr Anteile von euch unterdrückt und, ähm, da aus, was weiß ich, Anstand, Erziehung, Moral oder vor 20 Jahren mal Eheversprechen gegeben, wenn ihr aus solchen Verbindungen schon raus seid, ne, ja, dann zieht der Rest jetzt eben nach, ne, das werdet ihr selber am besten wissen, ja, ob ihr selber noch Verbindungen habt, ne, wo ihr nicht frei fließen könnt, eure Emotionen nicht frei fließen können, sondern wo ihr euch mit etwas abgefunden habt und deshalb in so eine Kälte abrutscht, ne, in so eine Kälte abrutscht, ne, da, ähm, ja, wird dann halt irgendwann, ja, sind wir wieder bei Uranus, ne, sind wir wieder beim Zünden, beim Funken, ne, sind wir wieder beim, das ist original das Uranus-Orakel, also wer das jetzt noch mal in die Tiefe braucht, ja, der, ähm, gucke bitte in die Infobox, ne, oder als Kanalmitglied habt ihr das ja auf dem Community-Tab, ne, ja, gucke sich das noch mal an. Ja, und wozu das Ganze, wo soll das hinführen, ne, ne, dass man nur noch Verbindungen hat, ne, wo man echt sein kann, ne, ohne Maskerade, ne, wo man frei fließen kann, ne, wo man fliegen kann, danke. Warum? Damit, ähm, dem Aufstieg, ne, der Weiterentwicklung nichts im Wege steht, ja, weil so kann man nicht aufsteigen, ne, so kann man nicht aufsteigen, so kann man sich nicht weiterentwickeln, ne, da läuft man die ganze Zeit entweder rückwärts, oder man hängt in einer Stagnationsfalle fest, ne, das ist ja dieses, wie wird das immer so schön genannt, ne, lebendig tot sein, ne, auf der Stelle laufen. Und deshalb gibt es halt die Hilfestellung von außen, ne, um morgen das Haus als Tagesenergie, ja, um ein neues Fundament, eine neue Basis zu schaffen, in der man dann hier aufsteigen kann, ne, sich weiter, hier, da haben wir den Turm des Aufstiegs, ne, göttliche Hilfe für den Aufstieg. Ja, da, ne, das haben wir schon addiert, ja, haben wir hier heute, ne, 12 und 22 ist die 34, in die Tiefe gehen, ne, tiefer gehen, Emotionen frei fließen lassen, sich nicht abfinden, nicht der Hoffnung und der Meinung sein, dass die Dinge, ähm, sich von alleine regulieren, ne, das ist, äh, das ist hier eine Situation, wo man, äh, das schon lange versucht hat und eigentlich weiß, dass das nicht geht, ja. Das haben wir hier auch, äh, als Geschenk liegen, ja. 2 und 7 ist die 9. Ja. Und der Baum steht für den Wachstum, ja, und das ist der Wachstum, der von außen kommt, ja, die Möglichkeit, ne, in die Tiefe zu gehen, tiefer zu gehen, ne, Emotionen frei zu setzen, ja, Emotionen frei fließen zu können, denen zu folgen und da nicht ins Abfinden, ja, Abfinden, ich muss meinen Frieden damit machen, weil ich kann's sowieso nicht verändern, reinzugehen. Ja, und da haben wir hier zusammen auch wieder den Uranus, ne, 35 ist 39, sind wir wieder bei der Tagesenergie, sind wir wieder bei der 12. Uhuhu! Ja, da bin ich ja mal gespannt. Also, ich treff mich heute mit meinen Mädels, da bin ich ja mal gespannt. Gut, ihr Hübschen, wisst ihr erstmal Bescheid, seid neugierig, ne, guckt, ob ihr selbst, ähm, euch mit etwas abgefunden habt, wo ihr, ähm, nicht mehr frei fließen lassen könnt, ja, oder, ob ihr da mittlerweile nur neugierig beobachten braucht, ja, weil ihr da in sehr, äh, freien und geklärten und gereinigten Verbindungen seid, und wenn da heute gezündelt wird, und, äh, etwas aus euch rausplatzt, ja, etwas, wo ihr euch genügsam gegeben habt, dann wisst, wozu es dienlich ist. Ich denke, das konnten wir ganz gut aufklären, ne? Und wer sagt, nein, ich brauche mehr Informationen darüber, der möge sich den Uranus gönnen. Und ansonsten hören wir morgen früh wieder mit einem Tagesimpuls. Bis dann. Soham.